Herzlich Willkommen bei QVC, dem neuen deutschen Home Shopping Kanal. Ab 1. Dezember können Sie hier bei uns live von zu Hause aus einkaufen, wann Sie es wollen. Zum Beispiel möchte ich Ihnen hier die Hermle Kaminuhr vorstellen. Ich nehme einfach mal den Glasdum ab, dann können Sie das viel besser sehen. Ganz aus Messing und hier unten am Pendel herrliche Kristalle, genauso wie auch auf dem Zifferblatt. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Das Zifferblatt besetzt mit römischen Ziffern und hier sehen Sie jetzt die beiden Kristalle auf dem 12 Uhr und in der Mitte. Beim 12 Uhr Schlag haben Sie zusätzlich noch die Westminster Melodie zu hören. Das ist doch ein herrliches Weihnachtsgeschenk. Meinen Sie nicht auch? Jetzt habe ich aber noch eine ganz tolle Geschenkidee für Sie. Und zwar dieses herrliche, unvergessliche 10er CD Set mit unvergesslichen Songs und unvergesslichen Interpreten. Dabei Unforgetter, wo wir gerade von unvergesslich reden. Da ist Ned King Cole. Wir haben Perry Como. Tony Bennett ist dabei. Und einen hören wir gleich noch, Guy Mitchell. Dann Howard Keel. Genau, jetzt kommt er nämlich, Guy Mitchell mit Singing the Blues. Einer der ganz Großen ist natürlich auch dabei. Frank Sinatra. Doris Day kommt hier. Doris Day mit 16 ganz tollen Songs. Val Dunican. Engelbert ist dabei. Und natürlich auch in Deutschland ganz bekannt Roger Whittaker. Das ist ein super CD Set. Und für einen unvergleichlichen Preis. Alle zusammen zu einem Preis. Haben Sie sich nicht auch schon mal überlegt, wie Sie vielleicht in Ihrem Kleiderschrank oder auf der Bühne Platz sparen könnten? Dafür gibt es jetzt diese Platzspartaschen. Und zwar möchte ich Ihnen das kurz vorführen. Ich habe hier einfach mal als Beispiel ein Kissen reingetan. Nehme jetzt den Deckel hier ab. Und was ich jetzt tue, ist ganz einfach einen Staubsauger nehmen und die Luft raussaugen. Sie sehen, das spart unheimlich Platz. Ich möchte Ihnen aber jetzt auch noch das andere Beispiel zeigen, nämlich wie viel man wirklich hier einsparen kann. Sie können sich vielleicht jetzt im ersten Moment noch nicht vorstellen, was das hier sein könnte. Aber die Überraschung wird groß sein, wenn ich es Ihnen zeige. Nämlich, wenn ich hier raushole, was hier vorher mal eingepackt wurde. Und Sie werden überrascht sein, weil hier kommt ein riesig großer Teddybär heraus. Weihnachten steht doch vor der Tür. Wie wäre es denn mit feierlicher Atmosphäre, festlicher Atmosphäre und diesem Kerzenkarussell? Schauen Sie sich das mal an. Ganz aus Holz, insgesamt sechs Kerzen sind es. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier ganz unten die Schäfer mit den Schafen. Natürlich schauen Sie mal, wie schön und sauber die verarbeitet sind. Dann in der ersten Etage, hätte ich jetzt fast gesagt, die Heiligen Drei Könige. Und noch eins weiter oben, die Heilige Familie. Und ganz, ganz oben natürlich, direkt unter dem Fächer, noch ein paar Bläser. Ja, drei, drei Engelsbläser. Und das Ganze dreht sich natürlich herrlich hier mit den Kerzen. Ich kann aber noch zusätzlich als Clou hier hinten die, diese Spieluhr aufziehen. Und wir hören zusätzlich noch die Melodie von Stille Nacht. Und das Ganze dreht sich natürlich noch ein paar Bläser.